ARD Text im Auftrag von Funk Like, Comment, Sub und Peace! Yo! 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 Sorry, den hab ich gemopst. Ein bisschen ungünstig. Eyo! Jawohl! Volles Out! Jawohl! Jawohl! Noch Deutscher geht's nicht. Ja, das ist richtig. Oh, fuck! Heides! Voll gegen die Wand! Wow! Bei mir ist noch ein Ticker und einer Ticker. Heides! 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 Ich debuff dir mal. Liege ich nicht nach oben. Heides! Heide auf nicht mehr! Ja! Habt ihr da drüben irgendetwas Special? Das wär voll cool! Ach so, ja! Dann schau ich da noch schnell mal rüber zu dir. Der kann's! Ach, Marc! Ich hab keine Helle! Ich hab, ich hab, ich hab! Stop! Ah! Wo bleiben denn die Speedrunner Warlocks? Hehehe! Ich schlafe noch! Hehehe! Stimmt, der Alter ist ja... Ja, also... Ich will ja gar nicht, dass der Alter vor uns da ist. Hehehe! Aber war auch geschwertgekatert. Ich hoffe, ihr habt noch einen Hellen dabei! Hehehe! Ja! Hehehe! Hehehe! Ehm... Alex meinte eben, er hätte Strang gespielt als Warlock. Dass die einen Strang und einen Warlock... Äh, einen... Einen Warlock dabei hatten. Genau. Einen Solar-Warlock dabei hatten. Ah! Der Strang und Warlock macht schon richtig Damage. Mhm. Ready! Lass mal... Einmal ablegen, ich... 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 Stell ne Flagge. Bars mit Flaggen! Hehehe! 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 Kein Baum! Läuft bei euch beiden! Was macht der anders als ich? Ich spiel' Hunter und was mit... No front! Hahahaha! He-Hahahaha! He-Spiel! Ich spiel' Hunter! He-Spiel Damage! Hehehe! Ich merke das! Komm schon. Nice, 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 nice. Sehr schön, sehr schön. Also Void war es jetzt am Schluss, der Call. Ja, sehr guter Call. So easy zu... Machen wir mal von Damage. Schade, er liegt nicht mal ein Heavybreaker um fürs Schwert. Zweiter Fall. Oh fuck. Habt ihr die Dinger geschossen für die Zusatzkiste? Ach Quatsch. Ausnahmsweise waren alle nicht dran gedacht. Ich hab schon gedacht, aber ich dachte nicht, dass wir das noch brauchen. Soll ich euch ziehen? Soll ich euch ziehen? Oder? Ja. Aber wer nicht wollte von mir aus. Anschießt ihn hier, oder was? Ja, nicht du, Hate. Kate! Wow. Weiß nicht, was ihr habt. Ja, weiß ich nicht, ey. Holla, die Waldfee, das war ja... Genau! Ja! Ja! Hinter der Glocke nicht. Links von dir? Warte, Glocke, du hast... Die fehlt noch einer? Nein, das ist ja am Anfang. Was macht er denn hier? Ja, der haut immer wieder mal weg. Ab. Weil ich unsichtbar bin, das gefällt ihm gar nicht. Shit. Es war hell. Scheiße! Bei mir ist ein... Oh, er setzt die Vibe-Mechanik ein. Hat's auch gereicht? Ja, ich glaube nicht. Oder? Er geht nicht aus der Vibe-Mechanik raus. Ich glaube, er ist noch schlecht. Ich glaube, er ist noch schlecht. Er weiß, er kann sich nicht entscheiden. Geil. Nice. Er steht auch geil jetzt. Ist noch? Fuck! Ja. Ich hab grad... ich kann nicht mehr. Alles gut. Okay, keine Vibe setzt. Viel zu früh, Rainer. Scheiße! Alter... Was?! Ich wurde von... Wie hat der... Wie hat der nicht one-hitted? Ja, das weiß ich auch nicht. Was ist denn da jetzt bloße? Können wir den in der Mitte bitte... Ja, wir können gerne mit der Platte machen. Oh, schmeiß die Heavy nicht runter! Oh ja, tschüss ey, tschüss! Was? 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 Was ist der... Was? easy nice gz jungs ja first try fast halt aber ich habe jetzt hunger aber so richtig 100 minuten exakt 300 minuten 5 stunden knapp unterhält naja naja minzen wenn du jemals garten laufen willst ich bin jederzeit zu haben das dachte ich mir schon fast ich bin geh was essen ja ok so ja 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 ja